MBZ Format Festival 2015. Der Roundtable-Pitch liegt hinter uns. Aus 15 ausgewählten Projekten von über 50 Einsendungen hat unsere hochkarätige Jury die 5 besten Formatkonzepte für die Weiterentwicklung auserkoren. Next Step. Prototon. 36 Stunden lang werden die Teams mit Entwicklerinnen und Entwicklern zusammengebracht. Ein Netzwerk voller Impulse, Expertise und vielleicht der ein oder anderen Überraschung. Das Ziel? Die Entwicklung eines Prototypen je Team. Ihr wollt dabei sein? Kein Problem. Wir berichten für euch live während des Prototons aus dem MIZ. Unterhalten euch mit spannenden Clips und Interviews auf dem Laufenden. Mit dem Hashtag Format Festival nichts mehr verpassen. Der Prototon. Am 3. und 4. August 2015. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020